Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir den Kabinen. Hä? Ja, ich bin hier schon an oben bauen. Äh, ich hab jetzt die Platten schon ran gesetzt, aber wir brauchen eben Zeit noch Komp... Moment mal, ich hab doch Kompistone letztes Mal hergestellt. Ist doch alles fertig. Also, Impression, meinte ich. Ah, das müsste reichen. Dann können wir das nämlich schon ein bisschen aufwerten. Äh, heute liegt an, wir bräuchten eigentlich, wie gesagt, noch ein bisschen Metall. Weil, denn, äh, wir brauchen ja noch mindestens 4 Schütztürme. Und dann muss ich auch noch Batterien herstellen. Oder eben halt Autos auseinanderschrauben. Ich glaube, wir schrauben Autos auseinander. Das ist viel, 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 viel einfach. Und die geht viel schneller. Äh, wir brauchen nämlich noch Strömen. Und dann müssen wir gucken, ob das denn so hinhauen tut. Weil, wie gesagt, die müssen ja noch nicht alle beladen werden. Aber das ist schon mal schön, wenn wir das hätten, also da, also anwesend. Ich glaube, das wäre gut. Das könnte gut sein. So, das habe ich jetzt soweit. Dann könnte ich das hier auch schon auf Beton auf, äh, werten. Also, auf die letzte Stufe. Alter, wir brauchen extrem viele Metall noch. Weil, wie gesagt, ich muss ja noch die untere Kante hier, muss ja komplett aufgewertet werden. Das muss hier auch aufgewertet werden, weil das bringt nichts, wenn das hier unten aufgewertet ist. Und das hier nicht. Was ist denn hier los? Fusch. Karbin hat Schummelan. Ja, ja, ich gehe es. Habe meine Ruhe. So, äh, gut. Das heißt, was habe ich denn jetzt überhaupt noch da drin? An Eisen erstmal nichts. Ist das schlimm? Ich glaube, ja. Also, schön ist es nicht. Äh, jo. Also, heißt es, wir müssen die nächst, also, ganz dringend, äh, ich muss da mal... Villa-Untertage, Alter, das ist, ey, ich habe gedacht, ich kann heute mal ein bisschen Ruhe machen. Äh, Ruhe war gestern, wa? Gut. Was soll's. So, ich habe noch hier eine Batterie, die kann doch eigentlich denn hierin. Hallo, kannst du mal bitte aus? Danke schön. Denn ist es nämlich voll bestückt? Gut. Alter, wir haben doch noch Saft unten. Moment mal, ich muss das erstmal machen. So, jetzt ist es an. Naja, so viele ist denn auch nicht. Gut, aber das hatte ich auch gesagt. Ihr habt also, na, cool. Okay. Äh, Moment mal. Warum ist denn die so kaputt? Und die ist auch nicht besser. Was ist denn hier los? Oh, das repariert mal. Das kann nämlich sein, dass das dadurch viele, viele besser wird. Werkbank. Nichts kannst du in Hand machen. Keine Ahnung. Froule Socke, die. Äh, gut, ich brech das mal kurz ab. Das geht vor, weil ich möchte wissen, was... Nicht Rezept. Kann ich die nicht reparieren? Warum kann ich die nicht reparieren? Äh, steht ja auch da Rezept. Ich hab, ich, ich hab mich vergieht. Gut, dann kann ich die, das ist Blödsinn. Die kann ich wegmachen. Das kann ich einschmelzen. Das ist voller Murks. Murks. Gut, ich glaub, äh... Nee, Blödsinn. Wartet mal kurz. Ich hab da ne Idee. Mach auch schlecht neu. Weil, wie gesagt, ich brauch ja Blei... ...für die Batterien. Dann könnt ihr mir doch Batterien herstellen. Zumal, ähm... Also, mindestens eine. Also... ...langsam und so. Naja, das wird ziemlich langsam. Aber das ist auch nicht so schlimm. Also, ich brauch jetzt so Plastik... ...und Säure. Plastik und Säure. Das ist nicht das Problem. Das kriegt auch hin. So, das hab ich. Das hab ich. Da ist noch ne Batterie. Komm. Shit drauf. Ich mach die ja eh auf Blau. Das ist doch viel besser als Gelb oder Grün. So. So ist das Schnicker. Dann mach ich nochmal zwei Batterien und dann ist es gut. Also, wenn das hier fertig wird. Das dauert nämlich jeden zwei Sekunden. Hm. Ich könnte... Ich werd mal... Ich müsste... Mach ich das mit dem Bohr? Nee, ich mach das mit der Picke. Es dauert länger, aber... Ich krieg's da kein Tee nicht raus. Wir werden uns ein bisschen Eisen besorgen. Ja, sorry. Tut mir leid, Leute. Ich kann... Das muss ja gemacht werden. Das... Irgendjemand muss das ja. Was? Gut, ich hättet offline machen können. Aber da... Ihr seht ja... Ich hab ja ja keine Pause gemacht. Komischerweise. Äh... Nun ist das so. So. Sieht schon ja anders aus. Obwohl... Komm, das mach ich auch schnell. Das mach mal. Dann holen wir noch ein bisschen Eisen. Ja, ein bisschen... Ein bisschen Eisen würde das aber auch nicht getan sein, wa? Ich brauche viel Eisen. Sehr, sehr viel. Schön werdet, wenn man mit den Unamid so rin kloppen könnte. Aber keinen Verlust hätte. Also quasi, dass man das Material rauskriegt. Das wäre gut. Aber so ist es ja nicht. Ist ja hier kein Wunschkonzert. Ich weiß. So. Warte mal. Ich muss mal das hier kurz umändern. So. Na gut. Schon will er hier. Mann, Mann, Mann. Komm mir schon so vor wie Maulwurf. Nur am Bohren rumkloppen. Und wie gesagt, die Fabrik, die steht ja auch noch. Aber wie gesagt, da werde ich... Ne, das ist ein Highlight. Das lass ich nicht... Äh, das mach mal zusammen. Ach du Scheiße. Ein Highlight. Schon will er ihn ausabreißen. Gut. Hier ist aber neu noch. Wie gesagt. Das dauert bloß ne Beine. Ja, ja. Das mit der Ausdauer, das ist so ein Ding, war. Das ist, äh, das ist nicht schön. Das ist, äh, das ist anders. Das ist Thomas, ist das da. Aber ich kann da auch nicht... Doch, ich kann was machen. Ja. Hm. Schön. Toll. Da waren's weg, die Zwiepunkte. Ratzfatz, warte, Mike. Mach das mal kurz hier weg. Äh, der kommt da hin. Den ist es besser. Und so kriegen wir auch die Nacht. Man muss das immer ein bisschen positiv sehen. Ne, also negativ. Schwarz malen. Gebratet Eisen. Na toll. Was für ne Verschwendung. Gut, jetzt ist es egal. Jetzt kann das hier auch weg. Nun komm, Junge. Zieh'n Finger. Kommst du in den Kinderheim. Entschuldigung. Ist doch wahr. Der macht zwei Handgriffe, schon fährt auseinander wegen Isnny. Dabei hat er das schon so oft gemacht, er müsste schon Schwarzenegger-Konkurrenz machen. Arme-mäßig. Gut. Naja. Gut, dass ich jetzt den Bohrer nicht finde. Ich könnte den nehmen. Aber der ist kacke. Ich glaube, ich habe mit Absicht den, weil ich genau wusste, dass das kommt, habe ich den schon aus dem Inventar ausgenommen. Ja, ja. Mann, 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 Mann. Sag mal, kann ich den nächsten auch hier noch ein paar Skip-Punkte? Hatte ich da schon alle draus? Nee, hier kann ich auch noch Punkte drin machen. Na toll. Gut, dass mir das jetzt auch fallen tut. Gut, und das hätte ich so eher machen können mit Ihren Punkt. Och, Mann. Habe ich auch gedacht, dass ich das schon gemacht habe. Kruzifix. Gut. Das würde ganz viele Arbeit sparen. Mann. Ja. Gut. Für den Nächsten. Die nächsten zwei Punkte gehen darin. Gut. Zwei Batterien sind schon weg. Gut. So, wie ihr sagt, das ist jetzt alles, äh... Was machen wir denn zuerst? Wir brauchen Stahl, äh, für die Geschütztürme. Wir brauchen aber... Was war denn das da oben? Nebelt. Wir brauchen aber auch Stahl... Für die... Sag schon. Geschütztürme. Wanns... Sonst, sonst Problem? Ne, das ist hier falsch. Muss da hin. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Oha, Alter. Konzentriere er sich. Ja, äh, also wir brauchen eigentlich Stahl für ihr Schütztürmchen. Und wir brauchen auch... Hallo. Was ist denn nun los? Hä, warum ist denn das beschädigt? Ihr kriegt ne Krise. Ja, wir brauchen Stahl... Für die Schütztürme, zum Aufwerten, für da unten. Aber dann... Ist auch ein Kreuz da drin. Was ist denn hier passiert? Irgendein Penner. Wenn ich den erwische... Ich krieg dich, Junge. Äh, ja, wir brauchen das, wie ihr sagt, für unten. Für die Stelle. Dann brauchen wir eben halt die Schütztürme. Hatte ich ja gesagt, ja. Dann brauchen wir auch Eisen für Eisenbahren. Weil wir brauchen ja auch ein paar Eisenbahren für oben. Für die Platten. Äh, für die Gitter, meinte ich. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, alteisenmäßig, technischerweise durch. Ihr seht das Problem. Das wird hier nicht reichen. Die 3000, das ist ein Tropfen weißer, heißer Stein. Aber hey. Es dauert alles so lange, wie es dauert. So einfach ist das. Ich kann bloß hoffen, dass ich das schaffe rechtzeitig. So, warte mal. Ich schmeiße dich da unten hin. Schmeiße dich da drin. Dich mache ich mal kurz an. Und du wirst ein bisschen mehr Holz brauchen. Du wirst nämlich jetzt durch ihn brennen. Brennen muss allem. So. Ich habe hier auch noch ein bisschen Breast Pit. Dit kann auch schon mal darin. Schnicke. So. Mache er. Warte nu. Ich habe dette. Ich habe. Achso. Gehen Holz drinne. Habe ich nicht gesehen. Ja. Dit kann ich alles ändern. Dit ist kein Problem. So. Dann werde ich mal kurz hier abbrechen. Weil es. Ich brauche mal kurz Batterien. Dann mache ich es wie Stück. Dann mache ich da auch jetzt. Denn danach weiter. Oh. Aber so richtig Benzin. Dit ist richtig gut. Also. Ich habe da schon. Dit ist. Äh. Dit wird gut. Dit wird richtig. Richtig gut. Äh. Ich hätte mal gegen sein. Wie lange dauert dette? Oh ja. Hier schmeidet ihr sechs Minuten. Prost Mahlzeit. Was für ein Scheiß. So. Aber ich habe schon immer eben Waren. Ist doch schon mal gut. So. Wart mache ich mit denen? Ich glaube die kann ich verkaufen. Wach? Ich glaube ja. So. Dit ist ja eigentlich Eisen. Dit ist. Auch Eisen. Äh. Warum habe ich dit jetzt eingesammelt? Hm. Fragen über Fragen. Äh. Was wollte ich jetzt sagen? Hier löscht. Ne. Äh. Ich wollte damit irgendwas herstellen. Ich weiß aber nicht mehr was. Hm. Und mir fällt gerade so nebenbei auf. Hier war mein Dings. Also. Ich habe dit hier aufgestellt. Dit ist mir schon klar. Aber ich habe doch letztes Mal ja noch abgerissen. Wisst ihr was da stand? Dit war mal mein. Fressalien Dings. Bestimmt dieser scheiß Vogel. Alter warte mal Junge. Dit bedeutet Krieg. Dit fällt mir jetzt zuerst auf. Da war dit ganze Zeug drinnen. Äh. Zum brutzeln. So ein Kackvieh. Na warte mal. Äh. Ich brauche einen neuen Platz. Dann setze ich dit hier ran. Ich glaube dit müsste jen. Hmhm. Oh scheiße alter. Äh. Vor allen Dingen. Wie steht denn dit jetzt so da? Dit hält mir jetzt 25 Folgen. Ich spiele da erst auf. Na super. Dit lüft schon wieder. So. So. Neue Larafeuer. Oben Ruf gesetzt. Gibt dit überhaupt nur oben Ruf? Geht dit? Ne. Dit geht natürlich nicht. Und dit alt wegen der Schräge. Gut. Weiche. Weiche Schräge. So. Hab ich denn noch Ersatztöpfe oder sowas da? Wahrscheinlich nicht. Hey. Aber ich hab Maßbecher. Tolle Ding. Doch. Da ist ein Topf. Also. Ehen mehr Topf. Ehen plus minus. Äh. Aber ich hab keine. Ja. Das ist aber auch nicht das Problem. Das kann ich nie herstellen. Äh. Rost war dit. Rost? Ne. Äh. Ich hab dit nie. Ah. Da ist ein Grill. Ich hab dit nie hergestellt. Sag mal. Ist das Symbol auch neu? Ja. Man merkt dat. Ich hab dat nie hergestellt. Ich hab dat mal gefunden. Ich hab dat nie hergestellt. Dat hatte ich nie nötig. Naja. Ist nun auch nie so schlimm. Ist ja nun kein Weltuntergang. So. Fehler wurden korrigiert. So. So ein scheiß Vieh. Naja. Gut. So. Jetzt machen wir hier weiter. Mhm. Oder auch nicht. Hä? Ihr fötter was ganz wichtiget ein. Wir sollten auch noch was suchen. Was ganz, ganz wichtiget. Ohne dette funktionieren die Türme nicht. Also ohne Munition. Ich hab noch ja kein, äh, neue Lager für Nitrat. Dat wollt mal gucken. Also ik wollte gucken. Aber hab ik. Irgendwie ist dat mir entschwoven. Ähm. Wir haben letztes Mal angefangen. Äh, ach du Kacke. Naja. Stellen wir erstmal kurz nach vorne. Ohne noch ein bisschen Nitrat her. Ups. Da fehlt ja wat. Äh, wat war denn dette? Na toll. So. Und auf der Seite war noch, haben wir nämlich letztes Mal gekickt. Kann ich mich noch ganz grau eminenz dran erinnern. So. Nitrat. Kristall. Und ein Bett wollt ik mir auch noch machen. Mann. Da fällt ik mir wie Schuppen aus den Augen. So. Ik brauch hier so ne Größe. Ik glaub ik 30 Stück waren. Ik war. Und da muss ik nog nebenbei dat oge schwoven lassen. Mir fällt so nebenbei mal auf. Ist euch schon mal aufgefallen. Das Baumwolle, äh. Entweder hab ik nicht drauf geachtet. Aber das ist ziemlich rar hier seht. Im Gegensatz zu sonst? Okay. Ik hätt mal nix sagen sollen. Ik wollt grad sagen. Sonst bist du immer drüber gestolpert. Ups. Da ist schon wieder Baumwolle. Ups. Da ist schon wieder Baumwolle. Naja. Hab ik wohl verdrängt. 30 Stück brauch ik. Weil wie gesagt. De Schlafsack. Muss weg. Alter. Tag 54. Und schlafen auch wie so'n Penner. Sorry an. Ja okay. Ik wollt grad sagen. Sorry an alle Penners. Weil die sehen dat ja nicht. Ich hab ihn. Das macht dat nicht besser. Jut. Dein Schlaf. Ich geb im Teilt als ob ich nischt habe. Wär das auch nicht besser. Weil dat ist ja noch nicht mal gelogen. Ich hab ja nischt. Dit. Äh ne. Das ist Eisen. Spiel. Hör auf zu ruckeln. Rastig aus. Äh dit kann doch jetzt nicht sein. Hallo. Haben sie Blei? Äh nicht Blei. Ich meinte Nitrat. Hm. Anscheinend nicht. Äh. Kann doch jetzt nicht sein. Dass ich hier keinen Nitrat finde. Findet man in der Eiswüste. Ich meinte eigentlich Schneebium. Ist mir aber grad entschropfen. Findet man da Kristalle? Vor allen Dingen sieht man die im Schnee? So. Hier ist Cola. Hm. Ich brauch doch bloß ein bisschen. Ein Haarbüchel. Spiel? Äh. Mega, mega, mega Freeze. Mega uncool. Keine Ahnung, was du... Hm. Ich Idiot. Ich weiß, was das ist. Und dafür lüftet eigentlich ziemlich flüssig. Ich installiere ein anderes Spielgerade im Hintergrund. Aber das kann doch ja nicht daran liegen. Doch, Kabin. Kannet. Kostet ja auch... Installieren kostet Dauer... Aus... Äh. Leistung, meint ich. Da. 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 Ist das Nitrat? Oder ist das einfach bloß Grünzeug? Scheiß Grünzeug. Ich sage es euch. Nee. Das ist Nitrat. Wow. Krass. Ich hab's. Wuhu. Ich steh drauf. So. Äh. Ich mach mal... Nee. Äh. Ich hab ja kein Bohrer mitbeigekelt. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Gut. Ich bin hier rettet. Habe ich denn... Ich hab ja Holz... Nee. Ich hab Holz genug mitbeige. Ich kann Holzrahmen bauen. Habe ich mich grad so überlegt, ob ich da was habe. Nicht, dass ich da rin buddel. Und dann nicht mehr rauskomme. Auf normalen Weg. Ach. Glück ist hier schien. Und ich ausdauere. Jetzt will er weg. Ich könnte brechen. So. Na gut. Dann mach mal im Teil ein kleines Päuschen. So. Friss, bis du kotzen musst. So. Gut. So weit von zu Hause sind wir dann auch nicht weg. Das ist richtig gut. So. Wartet mal. Ich muss hier erstmal... Ich muss hier eine Grenze ziehen. Äh. Okay. So solltet eigentlich nicht funktionieren. Gut. So. Äh. Mach mal... Wie viele machen wir denn? Also rein theoretisch letztendmal... Sind wir ja gut ausgekommen mit 10.000, ne? Entschuldigung. Gleih, Moment. So. Also wir hatten letztendmal, glaube ich, äh... Aber bloß Kohle oder so, ne? Äh. 10.000 Einheiten, ne? So. Jetzt bin ich schon wieder zu fertig. Komm dann hier rin. Hey. Los, rin mit dir. Du Ars. 10.000 hatten wir letztendmal, wa? Das muss reichen. Für eins wie... Munition. Nun komm. Dreh dich dir gegen Schienbeam. Ne, ne, was? So ist denn das. Da ist das. Gut. Alter, ich trat das so hell. Ich kann das Licht ausmachen. Da wirst du ja blind. So. Jetzt hätte ich dann doch mal den Bohr mitnehmen sollen. Der dauert halt ganz schön lange. Also. Wenn ihnen die Ausdauer fehlt. Ach, das ist doch alle Kacke. Ich mag sowas nicht. Das muss zack und das muss es bumms und das muss es klappen. So muss es aussehen. Könnt ihr hier hoch. Ihn auf. Wollte gerade sagen, auf Taliban machen. Aber das ist unpassend. Rastig aus. Ja, das passt auch nicht zusammen. Das sollte man nicht sagen, wa? Pieps. Ihr löscht. Naja. Ach, Mensch, Junge. Nun komm. So, ich... Okay. Ich hab jetzt drei Booten gefressen und geputtert und das ist grad mal halb voll. Alter, der ist ja schlimmer wie ein Dinosaurier. Was der fressen... Ey, wie ihr sagt, ich weiß nicht, was mit dem los... Der muss ein Bandbohm haben oder sowas in der Art. Okay, bei ihm ist bestimmt schon ja kein Bandbohm mehr. Das muss ja schon ein Bandbohm sein oder so. Das ist eklig in der Vorstellung. Aber guck doch mal. Ich hab jetzt so wie gesagt drei Booten. Und das sind hier... Ich stell mir mal vor... Das sind diese Standard-Booten. Büchsen. Jetzt stellt euch mal vor... Ihr esst drei Büchsen hintereinander. Schlikon, Kano oder sonst so was. Das geht nicht. Das ist technisch ja nicht möglich. Vor allen Dingen... Ihr müsst ja auch überliehen. Was da rin kommt, muss ja auch irgendwann mal wieder raus. Und ich kann mich nicht daran erinnern, eine Toilette gebaut zu haben. Wo ist dit hin? Okay. Gut. Wird ja sein können, dass ich ne... Windel für Erwachsene trage. Aber das sieht man nicht. Entschuldigung. Aber ist doch wahr. Wo futtert denn der dit alt hin? Normal ist dit nicht. So. Und wenn der nicht gleich hierhin machen tut, dann... Mache ich hoch, was nie normal ist. Oh, ich muss jetzt... Zwei Sekunden Pause machen... Bei jedem Schlag. Dit ist ja... Hui. Schwere Arbeit. 3000. Ich glaub, ich mach mal keine 10.000. Ich glaub, ich geh nachher nochmal hierhin. Ich hab jetzt nämlich keine Lust... Äh... Na ja, und so weiter... Hier rumzukloppen... Wenn der keine Ausdauer hat! So, jetzt komm ich hier nicht raus. Siehst du, hätte ich jetzt kein Holz... Würde ich jetzt ernst dumm aus der Wäsche gucken. So, ich hab jetzt mal 20.000 Knöpfe gedrückt. Ich hoffe, es funktioniert noch alles. So, mich hat keiner gesehen. Hier ist auch nischt. Apropos nischt gesehen. Ich hab da aber was gesehen. Hab ich denn? Hab ich denn? Hab ich, hab ich, hab ich denn? Damit kann ich nischt auseinanderschrauben. Kami, ne weißt du, ne? Da ist der Ratsche. Komm, mir bei. Schön. Naja. Doppelt hält sich ja. Äh, besser. So. Äh, da war ja was mit Batterien. Ich könnte mal kurz gucken. Ich krieg nur ein oder zwei Stück hier. Aber ich krieg schon mal Breast. Das ist schon mal gut. Wir brauchen ja auch ein bisschen Benchinen. Ein Haarbüschel. Aber sonst. Seht ihr? Deswegen. Wie gesagt, schade ist, dass ich das nie reparieren kann. Hm. Schade. Ich hab ein Motor. Oh. Hm. Super. Naja. Ich hab bloß eh eine Batterie bis jetzt gekriegt. Das ist ein wenig deprimierend. Oh, hier ist auch genau. Da ist auch noch ein Auto. Ein Auto. Töv, töv. Vielleicht kriegen wir hier noch was raus. Die Möglichkeit besteht doch, oder? Hey, schon will er eine Nahepistole. Ne, Motor. Dann will er ein bisschen Breast. Das ist schon mal gut. So, da kicken wir auch hin. Da könnten wir eigentlich auch hin gehen. Weil, wie gesagt. Moins. Hab ich sie hier weckt? Kann ich dich ein bisschen stänkern? Hallo. Guck mal nochmal durch mit deinem Kopf. Der ist ja marschall. Ich hab ihn auch sauer. Getlöft. Hey, der kriegt mich trotzdem. Was ist denn das für ein Penner? Du wolltest aus dem Spiel ihn auch ein wenig schicken. Warte mal. Ich hab keine Batel... Äh, Batelinen. Alter, wie oft kann man denn daneben schießen? Jetzt wisst ihr, warum ich hier 1000 Schuss drin... Äh, habe, ne? Es hat schon einen Grund. Ah, ihr Schenkel. Eine Bandage. Soll ich mir irgendwas sagen? Ja, ja. Das ist... Hey, Munition. Für den Magnum. Naja. Gut. Aber ich kann das nämlich auch mit. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt, ne? Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen einfach jetzt hier rin. Scheiß drauf. Ich weiß, wir hatten noch andere Sachen vor. Ich brauch mal wieder ein bisschen... Ich muss wieder ein bisschen unter Zombies kommen. Hallo. Da ist jemand. Und da ist auch eine Heizung. Die ist... Ui, ui, ui. Da sind sie, ja, zwei. Asch. Kackasch. So. Dann klaue ich ihnen mal die Heizung. Und wie das in diesem Haus weitergeht. Nee. Ich bin jetzt ganz gemein. Das sehen wir in den nächsten Feuer. Weil das ist nämlich schon mal 30 Minuten. Und ich muss darauf achten. Das geht sonst nicht. Also. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann quasi morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, denkt daran. Däumchen, Träumchen. Abonnieren. Und, äh, Glöckchen spiel... Äh, nicht spiel, sondern drücken. So schwierig. Äh, hilft nämlich den Kanal. Also. Bis dann. Halt die Ohren steif. Ich bin dann raus. Tschö.